hallo meine freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge von ich bewerte eure parks und heute schauen wir uns den park von ido an und zwar heißt der jurassic pennsylvania und er ist auf dieser wunderschönen map mit dem airfield und diesen tollen roten und orangenen bäumen finde ich jetzt schon mega freue mich schon drauf coole eingangsbereiche übrigens dass man überall so richtig umgeben von diesen bäumen echt schön das sind wirklich überall wo man hinguckt diese bäume sogar über ein mega gut ich würde sagen wir gehen jetzt direkt los hier rechts scheint ein mitarbeiterweg zu sein dass auch gerade ein auto ich habe kurz das fernglas ein macht er denn da selber fordert was ist denn unfall was denn hier passiert das ist schlecht ne einer muss jetzt zurücksetzen ich glaube das kann ja noch jahre dauern ich glaube wir müssen aber auf diesen wegen bleiben hier sieht eher nach besucher wegen aus das auf jeden fall schon mal eine einschienen bahn wir gehen jetzt erst mal geradeaus würde ich sagen in diese landschaft richtig cool ist einfach mega schön und ist ja auch voll schön gestaltet ein paar höhenunterschiede und hier schön zu felsen vorgemacht und dann kommt hier schon die erste jurassic tour sie da schon kameras und was ist das sind sie nur zeratops sieht fast aus als wenn die kameras den sie nur zeratops versprechen so ein bisschen sehr komisch egal ich würde sagen wir gehen jetzt mal in die tour du hast ja auch mit verschiedenen wegfarben gearbeitet als gucken wir uns nachher von oben an und los geht die wilde fahrt kommen wir direkt in ein gehege mit silo feiß ist uns glaube ich warum sind die so akku die kameras tollwut oder so übrigens wundert euch nicht diese rote drei da oben das liegt daran dass flugsäure ausgebüxt sind indem wir durch den käfig geglitscht ach deswegen sind die so aufgescheucht das einfach ein giga mit drin jetzt verstehe ich oh mein gott okay was aber das hatte der idu auch zum beispiel in die e-mail mit reingeschrieben dass mit dem zauern dass irgendwie ein bug er weiß nicht woran das liegt ist aber auch nicht so schlimm aber krass dass er einfach so ein giga ist so ein mischgehege wir sagen natürlich für ordentlich trubel wie groß der ist junger eh schon gruselig gott wir sollten uns nicht mit dem anlegen er ist aber gerade abgelenkt ich glaube der ist auf die beute da vorne fokussiert ich weiß gar nicht ob jagen an ist ich denke aber mal nicht das sind glaube ich achio ordentlich muss oder dann das trotium muss nicht ab achio lasst mich mal durch das ist voll cool hier mit diesen ganzen höhenunterschieden das fährt da oben die einschiembahn lang es ist mega nice und dann überall diese bäume ist echt schön gemacht ich habe gerade auch das gefühl dass es dunkler wird der tag nachtwechsel irgendwie an trotz her sollte ich das mal glaube ich ändern kurz so jetzt bleibt es tag aber ich möchte ja auch was sehen aber und hier unten ist wasser mit sinuceratopsen mega schön die sozialisieren sich da gerade auch finde ich richtig cool wie du hier mit den höhenunterschieden gearbeitet hast hier ist auch so eine fotostation sieht alles sehr idyllisch aus liegt aber auch glaube ich viel an den bäumen dass es so toll aussieht aber das ist auch super gebaut über diese räume links und rechts und da ist die nächste spezies ein parasaurolophus das ist voll das riesige gehege das ist richtig cool ist das schön da sitzt auch einfach einer oh das ist ein flugsaurier oh mein gott der ist einfach bis hierher geflogen der ausgebüxte was ist er denn jetzt ich habe ihn gerade noch gesehen aber hier sind richtig viele verschiedene dinosaurierarten ich glaube da unten ist auch irgendwas kleines ist das ein nodo oder ein minmi oder so werden wir gleich hoffentlich noch rausfinden hier haben wir ein kamara frag mich ob hier noch weitere fleischfresser drin sind weil hier echt viele futterspende sind hier ist auch ein ziegen futterspender hier ist auch ein ziegen futterspender auch wie cool das hier wieder aussieht mit den bäumen das ist so wunderschön dann auch noch mit dem regen das ist gerade richtig perfekt hier ist auch einfahren hier ist auch ein drbeschwerter und hier ist auch noch zwei noch mehr Wir düsen weiter. Oh. Fast übersehen. Ist das wirklich ein Minmi? Da ist noch einer. Und noch mal ein Parasaurolophus. Jetzt sind wir, glaube ich, auf der anderen Seite von dem Wasser. Hier oben sind dann auch noch Beobachtungsgalerien. Auch richtig cool gemacht. Noch mal schön erhöht. Da werden wir nachher auch noch reingehen. Und dann die Aussicht genießen. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viele Spezies wir hier schon gesehen haben. Aber das sind wirklich einige. Noch mal so Noceratops im Schatten. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum Anfangsbereich. Da vorne wartet schon einer der Kameras, die wir vorhin gesehen haben. Aber das mit dem Territorialsystem in Jurassic World Evolution 2 scheint echt gut zu funktionieren. Das war mega interessant. Hier in dem Gehege. Schau, dass kein Glasdach hier ist. Sieht man die Sauropoten gar nicht. Ich glaube, der hat keine Lust auf mich. Fahren wir mal lieber schnell wieder in die Station. Und dann gehen wir weiter durch die Menschenmassen. Kann man sich in Corona-Zeiten gar nicht mehr vorstellen, durch solche Menschenmassen zu laufen. Oh, ich erahne schon, was wir hier zu sehen bekommen. Vorne hängt ein Hai. Das heißt, hier wird vermutlich ein Moser drin sein. Hier ist voll der große Plaza. Den gucken wir uns am besten gleich von oben an. Sind auch Toiletten und alles. Besucherleben. Ich glaube, das ist so von unten sehr schwierig zu sehen. Ich würde aber fast sagen, dass wir erstmal kurz hier in diese Galerie einchecken und mal ein bisschen beobachten. Oh, da unten ist was. Das ist ein Tylo, glaube ich. Wie schnell der ist. Das ist definitiv ein Tylo. Aber der kann den Highfieler doch gar nicht benutzen. Wofür ist der dann? Einfach nur für die Optik? Oder ist hier auch noch was anderes drin? Das ist jetzt die große Frage. Fahren wir nach unten. Dann schauen wir mal, ob wir da was erkennen können. Das sind zwei Tylos. Oh, hier unten. Schwimmen gerade, glaube ich, Elasmus rum. Muss ich nochmal schnell runterfahren. Ich glaube, das dürfte ein Elasmus sein. Ich glaube, das ist voll das große Mischgehege. Dann müssen wir gleich, glaube ich, mal von oben gucken. Oder mal eben ein bisschen weiter wandern, weil da hinten gibt es noch eine Beobachtungsgalerie. Können wir da mal hingehen, würde ich fast sagen. Also da. An der Seite. Und dann dort mal schauen, weil da ist auch ein Highfieler. Weil an die Highfieler ist bis jetzt noch nichts beigegangen. Gehe ich mal hier den Weg entlang. Du hast hier auch alles abgesteckt. Ist dir richtig viel Mühe gegeben. Da vorne ist die Besuchergalerie. Und hier geht es auch noch rechts hoch. Es wird wahrscheinlich das sein, genau da, wo man dann auf das Gehege schaut, wo wir vorhin durchgefahren sind mit der Tour. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber wir gehen jetzt erstmal hier vorne hin. Und da ist auch ein Highfieler. Vielleicht kriegen wir da gleich was zu Gesicht. Und ich höre einen Rags. Also das heißt, einen Rags haben wir hier auf jeden Fall auch. Oh, das ist sogar hier eine andere Galerie. Oh, da unten schwimmt direkt was. Das ist ein Moser. Okay, da haben wir unseren Moser. Also ist das wirklich auch wieder ein Mischgehege. Oh, da hinten ist auch noch ein Highfieler. Und eine Beobachtungsgalerie. Okay, krass. Das ist voll groß. Das muss ich mir gleich mal unbedingt von oben anschauen. Jetzt gerade an die Highfieler wollen die Lebewesen hier drin nicht ran. Können wir übrigens auch vorstellen, dass die nicht an die Highfieler gehen. Weil das in den Einstellungen wahrscheinlich ausgestellt ist. Also dass die keinen Hunger haben. Ist ja auch in Ordnung. Ist halt nur schade, wenn man das nicht zu Gesicht bekommt. Das ist ja auch cool hier in der Mitte. Was hast du cool gemacht mit den Felsen? Sehr schön. Es ist allgemein sehr viel Deko genutzt. Das ist ja echt viel Arbeit gemacht. Der Türme, eine Galerie. Dann gehen wir hier in den Turm rein. Und das ist die Ansicht. Da unten sind wir vorhin lang gefahren. Auf die Einschiebarn. Das ist noch ein riesiges Aviarium. Auch richtig cool mit den Höhenunterschieden. Ein richtiger Berg da hinten. Schaut mal, wen ich entdeckt habe. Den haben wir vorhin in der Tour gar nicht gesehen. Den Schreihals. Ein Rexy. Also der war wohl auch in dem Mischgehege. Nicht sich direkt wieder schlafen. Da oben waren wir gerade. Hast du auch sehr cool gemacht. Da war echt eine tolle Übersicht auf das Gehege nochmal. Gehen wir mal runter zu der Lagune. Den Plaza haben wir noch gar nicht angeguckt. Oha, der ist ja richtig cool. Einige Besucherläden, Toiletten. Ein Schutzraum. Dann hier ein Hotel. Wieder ganz viele Sitzmöglichkeiten. Auch wieder mit viel Deko. Das Hotel ist auch richtig cool platziert. Richtig schön am Rand. Da hat man bestimmt eine gute Aussicht. und dann hier oben chillt. Das ist schon heftig. Wie besser geht es gar nicht. Mal ganz raus. Das sieht ja mega cool aus. Die Lagune hat auch eine richtig interessante Form. Okay, die Einschämbahn müssen wir dann gleich auch noch fahren, denke ich. Oh, du hast ja auch überall Deko noch hin platziert. Das ist echt krass. Das hier ist der Eingangsbereich, wo wir reingekommen sind. Das war die erste Galerie, die wir vorhin gesehen hatten. Dann da hinten geht es hoch. Und hier ist das, wo die vorhin sich gegenüber standen, die Autos. Da kommt auch gerade wieder ein Jeep. Ist auch echt gut gemacht hier. Sieht aber auch richtig gut aus. Selbst hier hast du dir mega Mühe gegeben. Da stehen noch so Deko-Sachen rum. Wahrscheinlich so Ersatzgegenstände, wenn mal was kaputt geht. Dass die Mitarbeiter die dann da in den Park bringen können. Coole Idee. Aber hier hast du eigentlich alles, was man braucht. Würde ich jetzt so sagen. Und hier ist auch, glaube ich, nochmal eine Tour, oder? Nee, hier ist einfach nur der Weg für die Mitarbeiter. Selbst das hast du hier gestaltet. Also du hast echt viel Liebe zum Detail hier in den Park gesteckt. Ich kann mal wissen, wie viele Stunden du hier investiert hast. Weil das sieht echt beeindruckend aus. Ich gehe jetzt aber mal... Na, ich glaube hier beobachten bringt halt nichts. Ich habe noch kein... Hier am Highfieder fressen hören. Aber wir können mal schauen, was da so drin ist. Hier könnt ihr das Ganze nochmal von oben sehen. Da gibt es schon echt einiges drin. Mosasaurus. Oh, hier ist sogar ein Krono. Cool. Selbst den gibt es hier. Aber den Highfieder gehen die leider nicht bei. Das hätte ich gern gesehen. Naja, schade. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier rein. Und fahren dann mal eine Runde damit. Wir fahren natürlich wieder in unserem eigenen Tempo. Einmal hier schön über die Lagune. Da kommt sonst gerade sogar der Zug entgegen. Und dann geht es da vorne zur nächsten Station. Oh, der Himmel bewölkt sich. Ich glaube, es regnet gleich wieder. Gehen wir mal nach hier unten. Und dann geht es direkt weiter. Ist auch wieder ein kleiner Platz. Mit ganz viel Deko-Elementen. Ich denke mal, den Weg gehe ich wieder nicht lang. Der ist bestimmt für die Mitarbeiter. Hast du auch sehr gut gemacht mit den Wegfarben. Jetzt geht es hier lang. Richtig cool mit den Felsen hier links-rechts. Dass sie so rüber ragen. Nochmal schnell zur Toilette. Auch sehr gut gemacht hier mit den Deko-Sachen. Aber wir fahren jetzt nochmal eine Jurassic Park Tour, so wie es aussieht. schön über den Mitarbeiterweg hier rüber. Da vorne geht es dann durchs erste Tor. Oh, das ist falsch rum platziert, oder? Ist das gewollt? Nicht, dass ich hier gerade falsch rum fahre, aber ich wurde so rausgesetzt. Eigentlich muss es richtig sein. Ja, ich glaube, das ist einfach falsch rum platziert. Ist aber auch nicht schlimm passiert. Sind wir schon im ersten Gehege? Ich glaube nicht. Ich glaube, links und rechts sind eher die Gehege. Da sind auch so richtig fette Zäune. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht was sehr gefährliches drin ist. Ich kann leider gerade nichts sehen. Ich habe aber Lust, da reinzufahren. Willst du herausfinden? Was haben wir hier? Viele, viele Bäume sind hier auf jeden Fall. Oh, ich habe was gefunden. Ich schliefe zum Glück gerade. Ein Agro-Kanthosaurus. Das sollten wir nicht wecken. Jetzt gibt es, glaube ich, Ärger. Fahren mal lieber wieder, bevor er aufwacht. Soll ich mal hupen? Oh, oh. Ja, wir sollten gehen, Leute. Ja, ja, ja. Wir hauen ab. Tschüss. Tut mir leid. Fürs Frecken. War nicht so gemeint. Gegenüber geht es auch irgendwo rein. Aber da fahren wir jetzt erstmal die Strecke weiter entlang. Weil es sieht fast so aus, als wären wir da gleich noch was zu Gesicht legen könnten, weil wir hier die Kurve halt langfahren. Aber es ist rechts auch so, ne? Können wir sogar vorstellen, dass hier vielleicht noch mehr drin ist. Aber die Dinosaurier verstecken sich halt voll. Die gehen bestimmt nicht hier zu den Vieh dann hin, weil du halt das mit dem Hunger ausgestellt hast. Vielleicht sollte ich das mal wieder einmachen. Ich habe es jetzt mal so gemacht, dass nur Pflanzenfresser nicht verhungern. Dann kriegen wir hoffentlich die Fleischfresser zu Gesicht. Weil es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass die jetzt gar nicht zu den Futterspendern gehen, weil du die eigentlich immer recht gut platziert hast. Aber dadurch, dass die halt nicht verhungern, gehen sie da gar nicht erst hin. Da muss ich gleich wohl nochmal von oben schauen. Weil jetzt in jedes Gehege reinzufahren, das dauert glaube ich zu lange. Aber hier links einmal, komm, das machen wir noch. Das wäre glaube ich so das Mittelgehege. Oh, da ist auf jeden Fall ein Fischfied. Oh Gott! Oh, ein Spino ist es glaube ich. Schläft auch gerade. Sehr perfekt, dass die alle schlafen. Cooler Skin. Hi! Bin hier! Wake up! Oha! Houston, we got a problem. Okay, er scheint kein Interesse zu haben. Ist aber gut getarnt in der Farbe mit den Bäumen. Also wenn der in so einem Baum drin steht, dann sieht man den definitiv nicht. Ah cool. Also ich glaube, das ist hier eine richtige Fleischfresserroute. Okay. Wir düsen jetzt hier noch ein bisschen durch den schönen Wald. Und dann gucken wir mal, was wir da so drin haben. Das war nämlich jetzt auch die Tour. Krass, wie das von oben aussieht. Da sind wir gerade lang gedüst. Ich glaube, da haben wir richtig viel übersehen. Das ist übrigens der Bereich, wo wir vorhin waren, von oben. Sieht auch sehr schön aus. Den Weg sind wir gerade gar nicht abgegangen hier. Das ist ja wieder ein Mitarbeiterweg. Ich glaube, der führt nur hier zu der Unterstützungsanlage. So wie es aussieht. Jetzt schauen wir mal, was wir hier so an Sauriern haben. Den Spino hatten wir gesehen. Gehege sieht auch echt richtig cool aus. Von oben. Schön gemacht mit dem Wasser. Das gefällt mir. Und dann hatten wir den Agro gesehen. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht übersehen. Aber jetzt gehen sie auch wieder fressen. Schaut mal. Hätte ich mal vorher anmachen sollen. So ein Mist. Da läuft noch irgendwas. Das ist, glaube ich, auch eine Ziege. Dann haben wir hier im nächsten Gehege. Genau. Winso, Saurus. Und hier im nächsten haben wir auch wieder ein Fischfieder. Also vielleicht Baryonyx. Ja. Das ist ein Baryonyx. Jetzt auch wieder viele Felsen platziert. Oh, jetzt laufen sie alle hier am Zaun entlang. Jetzt wäre es perfekt gewesen hier. Hier so entlang fahren und da ist dann der Baryonyx. so ein Mist. Ah, kann man nicht ändern. Ist halt Glückssache. Aber ich glaube, wir haben alles gesehen. Spino, Agro. Ja. Okay. Ja, dann würde ich fast sagen, können wir hier wieder weiter düsen. zur nächsten Station. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Fleischfresser haben wir jetzt ja einmal alle abgearbeitet. Wir haben schon voll viele gesehen, ne? Guck mal, hier unten kann man sogar noch mal auf den Agro runterschauen. Der schüttelt sich gerade. Was ist das hier? Wir haben auf jeden Fall ein neues Gehege. Mit Flugsauriern. Oha. Da sind die Ausgebüxten. Einfach so ein Geo-Stan-Bergier hier. Und Indoraptor haben wir hier sogar auch. Cooler Skin, so mit Blau. Dann würde ich sagen, steigen wir hier mal wieder aus und dann haben wir hier den nächsten Bereich, den wir erkunden können. Das sieht auch schon mit alles so cool und belebt aus. Du hast hier sogar so einen Bahnübergang als Bodendeko genommen, wie es aussieht. Eine Strecke führt hier nicht wirklich durch. Auch keine schlechte Idee. Was ist das? Das ist, glaube ich, eine... Das ist eine Toilette, ne? Ich dachte gerade, es wäre eine Galerie, aber es ist, glaube ich, nur eine Toilette. Oh. Was ist nun? Panik bricht aus. Alles gut, Leute. Da sind nur ein paar Geo-Stan-Bergier, die ausgebüxt sind. Da kann man nichts machen. Aber ich glaube, hier vorne geht es ins Aviarium, so wie es aussieht. Oh, da fliegen sie auch gerade. Ja, voll die coole Idee. Du hast das Aviarium einmal hier so links und rechts rumgebaut und in der Mitte dann nochmal so einen schönen kleinen Platz. Was gerade noch besser aussieht, weil hier einfach so ein Luxorier drauf sitzt. Hast du auch wieder richtig schön hier gemacht mit der Gestaltung. Das ist wirklich ein riesiges Aviarium. Aber mir gefällt die Form echt gut. Und ich finde das auch richtig cool mit dem Weg hier, der so in die Mitte da reingeht. Wir fliegen da gleich aber mal so rein. Hier, der Platz sieht wieder mega gut aus. Fliegt da jetzt mal so rein, dann sehen wir nämlich alles, hoffentlich, wie das so gestaltet ist. Das ist relativ grün. Und sind jetzt irgendwie nicht mehr so viele Flugsaurier drin, glaube ich. Wahrscheinlich sind es schon die meisten ausgebüxt, weil ich hier so lange erkunde. Na, da sitzt was. Wenn ich jetzt wüsste, wie der heißt. Sind die leider auch nicht alle auswendig. Auf jeden Fall nicht der Maradaktylus, das ist dieser andere Dactylus. Hält den Namen aber gerade nicht ein. Und hier ist sogar noch ein Geosternbergier drin. Wirklich ein riesiges Aviarium. Das hier sind auch Beobachtungsgalerien. Aber alle in so einem anderem Stil. Echt ganz cool. Das ist wahrscheinlich so die geheimen Forschungen hier in dem Park. Vielleicht die ganze Zeit Handys klingeln. Ich glaube, hier wurden schon Besucher verspeist von Dinos. Hier haben wir Raptoren. Ich glaube, das sind die vier aus dem Film, kann das sein? Das sind nicht Echo oder so? Oder Charlie? Ja, da ist auch Blue. Also ich gehe mal davon aus, dass das Raptor Squad hier ist in dem Gehege. Dann haben wir hier einen Indoraptor. Der mit den coolen blauen Streifen. Das fehlt eigentlich nur der Indominus Rex. Aber ich sehe hier kein weiteres Gehege. Und dann gehen wir den Weg hier nochmal entlang. Neben dem Aviarium. Mal gucken, wo der uns hinführt. Ich komme auf jeden Fall zu so Türen. Hey! Fast überfahren worden. Gut, dass ich mich umgedreht habe. Und das hier ist auch voll cool. Das finde ich mega gut, die Idee mit diesen Übergängen. Kann man echt gut einbauen. gehen jetzt mal hier in den mittleren Turm rein. Und dort sehen wir den Indominus Rex, den wir vermisst hatten. Der hat anscheinend ein etwas größeres Gehege gekommen. Gula-Skin hier auch. Sehr bedrohlich aus. Da oben waren wir gerade drin, in den mittleren. Aber ich bin mal von der Ansicht hier runtergegangen, weil man es nicht sehen konnte, weil es zu weit unten war. Und schläft da. Ist auch ein cooles Gehege. Mit schönen Höhenunterschieden. So, hier waren wir gerade. Ich glaube, das war dann auch der letzte Weg, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt würde es hier wieder in die Station gehen und dann fahren wir hier nochmal entlang. Da hat man natürlich auch nochmal einen wunderschönen Ausblick dann von hier oben. Dominus Rex kann man sehen. Und auch perfekt dieses Mischgehege, wo wir am Anfang waren. Da laufen auch schon die Fleischfresser rum. Ich weiß aber nicht, ob es noch weitere Gehege gibt. Also platztechnisch kann ich es mir nicht vorstellen, weil wir haben echt schon viel gesehen. Oh, da hinten ist sogar das Airfield. Und auch richtig gut von hier oben sehen. Ich glaube, jetzt geht es zurück zum Eingang. Ja, dann kommen wir hinten wieder an und dann sind wir einmal im Kreis gefahren. Richtig cool. Also das war wirklich beeindruckend. Wir haben viel gesehen und ich habe auch echt viele neue Anregungen und Ideen von dir bekommen. Ja, Ido, vielen, vielen lieben Dank fürs Einsenden von deinem Jurassic Pennsylvania war es, glaube ich. Ich hoffe. Den Speicherstand könnt ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung finden und dort auch ausprobieren. Und falls ihr auch einen Park habt, den ihr mal einsenden wollt, dann könnt ihr dazu auch in die Videobeschreibung schauen. Da findet ihr auch alle Infos dazu. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Ich wünsche euch jetzt noch ein paar